Wenn sich Wünsche bisher nicht erfüllt haben. Wenn Dinge in unser Leben traten, die wir gar nicht wollten. Wenn wir unglücklich sind oder Niederlagen einstecken mussten, finden wir die Ursache dafür im Gesetz der Resonanz. Alles, was wir wollen, können wir erreichen. Alles. Jeder von uns. Auch du. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wir alle sind in der Lage, unser Leben zu ändern. Wie bei einem Fernseher können wir verschiedene Sender einstellen. Unser Herz ist der kraftvollste elektrische Generator im Körper. Und er interagiert mit allem und alles interagiert mit uns. Es gibt nichts, was wir nicht erreichen können. Finde heraus, was deine innerste Überzeugung ist. Und du hast den Schlüssel für dein Leben in der Hand. Wir sind wirklich schöpfer. Wenn du sein könntest, wer immer du sein möchtest, wer möchtest du gerne sein? Entdecke das Gesetz der Resonanz. Ein Film von Pierre Frank